Wir sprechen heute mal über eine Klage gegen die Match Group, also Tinder Hintz. Das ging ja viel schneller, als ich gedacht habe, ein bisschen auch so ein Follow-up zu dem Am-Bubble-Video mit mir, wo es ja um, machen Dating-Apps uns beziehungsunfähig. Und da waren ja zwei Damen dabei, die ja auch in irgendeiner Weise früher oder jetzt mit Tinder, wie soll ich mal sagen, im Zusammenhang stehen. Und da wurde ja gesagt, das ist alles ganz easy und alles ganz harmlos und ja, vielleicht doch nicht. Gut, ich weiß natürlich nicht, wie es klar ausgeht, aber ich wollte euch das mal vorstellen. Vorab noch, ich habe einen 23-Prozent-Code für meine Kurse. Guckt gerne mal rein auf libysche.de. In diesem Fall ist es ein Community-Sale, das heißt, man muss sich einmal für Newsletter anmelden, dann bekommt ihr den Code. Gibt es auch viele versteckte Kurse, die ihr vielleicht noch gar nicht kennt, Eifersucht, Verlustangst, Bindungsangst, whatever. Aber schaut einfach mal rein, bis Sonntag. So, jetzt kommen wir mal zur Klage. Ich habe das mal grob zusammengefasst. Hat mich übrigens die Nutzerin darauf hingewiesen über Facebook. Vielen Dank dafür. Ist ganz frisch und zwar wird da gesagt, also es ist eine Sammelklage von Nutzern. Der Hauptverwurf richtet sich gegen Match. Also Match ist diese Firma, Match Group, wegen des Designs seiner Dating-Apps, die angeblich absichtlich süchtig machen, um Nutzer zu wiederholten, teuren Abonnements und zu ständigen Nutzungen zu bewegen. Das ist alles so harmlos, diese ganzen Sachen. Match Geschäftsmodelle basiere auf der Monopolisierung hauptsächlich durch Abonnements und In-App-Käufe. Das betrifft natürlich, das wird ja relativ wenig thematisiert, die Männer vor allen Dingen, weil das war ja auch so in der Show. Dass da viel gesagt wurde, ja, wieso, wir kriegen doch so alles ganz easy, dann daten wir halt mal ein bisschen weniger. Aber wie wir ja wissen, die meisten Männer kriegen ja gar nichts zu daten. Also genau, geht wohl, das meiste bezahlen ja die Männer. Match Geschäftsmodell basiere auf der Monopolisierung der Nutzeraufmerksamkeit und generiere Einnahmen hauptsächlich durch Abonnements und In-App-Käufe. Ein Großteil des finanziellen Erfolges vom Match sei darauf zurückzuführen, nicht zahlende Nutzer in zahlende Kunden umzuwandeln. Also reden wir natürlich vor allen Dingen von Männern wiederum. Wobei 98% der Einnahmen direkt von Endnutzern kommen, also nicht von Werbung offensichtlich. In Investorenbriefen hat der Match sein Ziel unterstrichen, das direkte Umsatzwachstum zu steigern. Wobei Tinder und Hinge signifikante Umsatzsteigerungen verzeichneten. So, dann süchtig machen das Design. Match wird vorgeworfen, bekannte Dopamin-manipulierende Produktfunktionen einzusetzen, um die Plattformen zu gamifizieren. Ja, das ist so der letzte Schrei. Gamifizieren, das heißt ja nur ein Spiel, die swipen. Diese Funktionen verwandeln Nutzer in Spieler, die ständig nach psychologischen Belohnungen suchen, die von Match absichtlich schwer zugänglich gemacht werden. Ja, also erst wirst du angefixt, wie so ein Drogendealer halt. Du kriegst ganz viele Matches, also scheint ja so zu sein. Ich meine, wenn dieser Algorithmus so harmlos wäre, dann würde er wahrscheinlich mehr offengelegt werden. Also bei TikTok ist er ja viel mehr offengelegt. So, genau. Und wenn du runter willst, also oder dann, ja, Christian Dornstein auch wieder mehr ausgespielt. Wie sagt man, weiß es nicht genau, aber ich sage immer wieder, die haben so viel Daten und natürlich wollen die, dass die Leute draufbleiben. Und so viel Daten da, also ich finde das eigentlich offensichtlich, dass es darum geht, die Leute draufzuhalten. Ich meine, das ist auch ein bisschen Marktwirtschaft, aber also was ich hier sehe in dieser Klage, dass das, was wir da besprochen haben, nämlich sollten da nicht Warnhinweise darauf sein, was wir alles, nein, das machen wir doch alle nicht, dass es vielleicht schneller kommen wird, als man denkt. So, es wird behauptet, dass Match, künstliche Engpässe und einen geheimen Algorithmus nutze, um Nutzer zur Kaufentscheidung für Abonnements zu manipulieren, während gleichzeitig falsche Versprechungen gemacht werden, um die Nutzer zu täuschen und zu weiteren Investitionen zu bewegen. Ich dachte, das ist alles nur, ist die Klageschrift hier, ne? Also ich sage jetzt nicht, dass es so ist, aber ich weiß nicht, ob es eure Meinung dazu ist, schreibt es gerne mal rein. Aber ja, ich meine, wie viel finden da jemand und wie viel Energie und Geld hat man bis dahin dafür ausgebracht, ne? Vielleicht die Frauen sagen jetzt wieder, gar kein Geld oder vielleicht wenig Geld. Es sei denn, sie kommen auch nicht so richtig ans Start. Naja, ist das dann nicht besser wieder, wurde ja auch drüber gelacht, Offline-Dating, ein bisschen mehr zu, also einfach wieder mehr Gelegenheiten zu schaffen, wo wir Offline-Dating machen können? Wäre das nicht schlauer? Oder ist das nur wieder super uncool und oldschool und 80er-Style? Ja, ich frage euch, ne? Dann Abonnentpläne und Nutzer-Manipulationen. Match verkaufe Abonnentenpläne, die Like-Limits aufheben, wodurch Nutzer, die nicht in der Lage sind, ihre Nutzung selbst zu regulieren, zur Zahlung für die fortgesetzte Nutzung gezogen werden. Was? Die Klage behauptet, Match profitiere von Nutzern, die nicht vom täglichen Liken ablassen können, was die zwanghafte Nutzung fördert. Dann fünftens manipulative Produktfunktionen. Match habe gezielt manipulative Produktmerkmalet entwickelt und beworben, um Nutzerabhängigkeiten zu fördern, einschließlich eines Formats zur Präsentation von Inhalten, das die Romantik gamifiziert. Push-Benachrichtigungen, die auf FOMO, Fear of Missing Out, der Nutzer abzielen und Anreizbelohnungen, die zwanghafte Nutzung belohnen. Also es ist nur meine persönliche Meinung, es ist offensichtlich, dass es so ist, ob das jetzt justiziabel ist, aber wurde Manager Magazin als eines der ersten Schadensersatzklagen überhaupt, ich weiß nicht, ob das so irre ist, also wenn man sieht, was mit Zigaretten passiert ist, weil ich will das jetzt nicht vergleichen, aber ja und überhaupt Social Media, was hat ja doch vielleicht auch viel beigetragen, auch mit den ganzen Verherrlichkeiten von Optik und was weiß ich, dass sich viele einfach nicht mehr wohlfühlen, darüber, ich weiß nicht, depressive Tendenzen entwickeln. Ich denke, das ist the next big thing, was angegangen wird. Die Klage weist darauf hin, dass die Sucht nach Dating-Apps weit verbreitet ist und das Bewusstsein für dieses Problem wächst. Ja, ich meine, Liebessucht führt häufig auch zur Dating-Sucht und zum suchtartigen Benutzen, habe mir auch neulich vorgelesen in der Mail von Dating-Apps. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass Dating-Apps immer falsch und böse sind, aber ja, ähnlich wie andere Sachen, die vielleicht drogenartigen Charakter haben. Ja, sozusagen hat man es doch im Griff oder wird man völlig reingesogen und das ist halt die Frage. Der eine kann es vielleicht noch sinnvoll nutzen und der andere geht völlig unter. Eine von eHarmony durchgeführte Umfrage ergab, dass 90% der Singles glauben, süchtig nach Dating-Apps zu sein. Wow, das ist echt krass. Die Klage wirft Match vor, die Plattform ohne Offenlegung der süchtig machenden Nutzung und der damit verbundenen gesundheitlichen Risiken zu verbreiten, auf denen sein Geschäftsmodell beruhe. Match wird beschuldigt, seine Plattform zu nutzen, um sich Nutzer absichtlich in eine Abhängigkeit zu führen, die teure Abonnements und ständige Nutzung fördert. Und da sehe ich es sind, die Wartenweise, wo ja alles so drüber geschmunzelt wurde, sind vielleicht gar nicht so weit weg und dass vielleicht Match zu irgendwas verdonnert wird und Studien und wollen wir mal sehen. Wir werden das hier beobachten. Irgendwo stand da auch, dass Nutzer so im Schnitt anderthalb Stunden pro Tag zu bringen, damit jemand diese anderthalb Stunden nutzen würde. Ich weiß, ich rede in der Wüste, das interessiert wahrscheinlich eh keinen, aber wenn man diese anderthalb Stunden nutzen würde, zum Beispiel in meinem Selbstbehauptungskurs, zu üben, nicht immer beschämt zu sein, wenn man jemandem mal sagt, was man denkt oder auch mit meinem Datingkurs oder einfach mal zu üben. Wenn du diese anderthalb Stunden nutzen würdest, wie Spoiltalk zu üben, Leute anzusprechen, also das sind anderthalb Stunden am Tag, da kannst du völlig, also das ist Wahnsinn. Was du da lernst, wenn du das in deine, diese anderthalb Stunden in deine persönliche Entwicklung stecken würdest, Shame-Attack-Übungen, das ist auch alles in meinem Programm drin, Shame-Attack-Übungen, ansprechen, also auch Smalltalk üben, Offline-Skills, das ist ein Wahnsinn. Aber gut, das ist auch nur, ich meine, ich nutze auch zu viel Social-Media-Apps, also ich will mich da jetzt gar nicht drüber stellen, aber allein dieser Gedanke so, also Social-Media ist auch nicht gleich Dating-App, da sind auch nochmal Unterschiede, aber ja, ich weiß auch, ich kenne auch Leute, ich weiß noch, eins von meinen Kindern und Oma gesagt, also als ich kleiner war, kannst du mir bitte diese App runterlöschen, ich komme da nicht mit klar, ich komme da nicht raus, ich kann das nicht handeln so, und ja, wir erleben jetzt die ersten Generationen, die nur mit Handys aufgewachsen sind, werden wir mal schauen, vielleicht ist doch alles easy, keine Ahnung, wir hatten ja immerhin noch eine Jugend ohne Handys, ich habe da auch nichts vermisst, kann ich jetzt nicht sagen, wobei, wie gesagt, ich will das jetzt überhaupt nicht alles verteufeln, also letzten Endes bin ich auch, habe ich auch viel, also man kann natürlich Social-Media auch, zum Beispiel mein Kanal für also Education nutzen und Informationen, aber ja, geht es denn, der den gab es einen Kragen, also das scheint mir schon ganz schön serious zu sein, ja, und alles nicht so easy und lustig, 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 wie man so denkt, was denkt ihr dazu, schreibt es gerne in die Kommentare, wir sehen uns mal wieder, ciao, lieben. Musik 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 Untertitelung. BR 2018